Die Abwechslung macht Sneak Preview im Kino-Center Heidenheim und Kinopark Ahlen. Was läuft? In jedem Fall ein absoluter Top-Film vor dem offiziellen Kinostart. Hin wem lohnt sich? Tickets für nur 5 Euro. Mehr unter kino-hdh.de und kino-aa.de Die Abwechslung macht Sneak Preview im Kino-Denheim. Untertitelung des ZDF für funk, 2017